sie grau hallo als kreuz freunde willkommen zurück hier auf sich aus kanal dem infotainment portal rund um unser gemeinsames hobby world of warships und heute gibt es die nächste flaschenpost world of warships versorgt uns ja hier mit informationen um spiel in der für die zukunft und so weiter wir haben jetzt hier jeden tag updates für euch und heute kümmern uns update um das update 07 11 welches morgen am 22 november zwischen 6 und 9 uhr auf die server aufgespielt wird und eine update größe von 1,8 gigabyte hat hat diese center dieses wargaming center das hat wahrscheinlich wenn ihr richtig eingestellt hat das patch schon ein bisschen vorgeladen wenn ihr also eine kleine leitung habt konntet ihr schon ein bisschen was vorbereiten hat hilft sicherlich 1,8 gigabyte aus dem netz zu ziehen aber was kommt denn jetzt mit dem update gehen wir doch von oben nach unten durch die ganzen neuerungen durch es gibt wieder der tutorial navy event wird schon aus den vorangegangenen patches kennt es wird diesmal nur vier stages geben also es wird eine stage pro woche geben und das heißt wir haben nur drei wochen zeit um diese direktiven vier pro stage und dann fünf bis sieben missionen zu erfüllen in den missionen könnt ihr die restlichen geneas bekommen um dann die cosec freizuschalten wenn ihr dann 48 habt habt ihr alle aufgaben alle direktiven erfüllt müsst euch dann quasi noch zwei geneas aus dem store holen die sind für relativ schmales geld von 89 cent zu bekommen ich glaube da gibt es für jede jeden account eine einmalige aktion dass man für 89 10 stück bekommt also wer die zehn stück noch nicht gekauft hat aber jetzt schon 40 stück hat der sollte jetzt gleich zuschlagen weil mehr wird es eigentlich nicht mehr und ja diese geneas sind dann überflüssig und werden nachher vergütet ja wie gesagt ihr kennt die regeln wenn ihr damit in missionen durch seid dann seid ihr in so einer liga und könnt dann da zusätzliche bonis erhalten wenn ihr im bronze liga silberliga gold liga aufsteigt und so weiter gibt es dann hier immer unterschiedliche tarnung nächster punkt ist die britische sammlung die jetzt dann eingeführt wird ihr erhaltet in den aufgaben die hier oben erfüllt nebenbei britische container standard container ihr könnt natürlich wieder britische premium container im store kaufen das wird halt auch eingeführt werden und ja die sammlung umfasst 14 gegenstände in vier themen bereiche da sind dann wieder fotos dabei da sind ist ein ganz neuer bereich dabei zum beispiel so tarnung die dann so auf so eine aufsteller gemalt sind sie ziemlich cool aus und ja lohnt sich ist eine dauerhafte sammlung das heißt ihr müsst euch damit nicht beeilen ihr könnt das immer sammeln und zwar nicht nur mit den britischen container sondern auch mit den täglichen container wenn ihr das abonnement das könnt ihr dann oben in eurem profil einstellen auf einschaltet sozusagen dass ihr diese sammlung sammeln wollt dann bekommt ihr aus den täglichen container ab und zu mal elemente für diese sammlung was gibt es als belohnung ergibt eine besondere lackierung für die haider und eine besondere lackierung für die lightning mit den standardwerten die hier schon eingeblendet sind ja also ep schiffswartungskosten reduziert dann haben wir erkennbarkeit zu wasser und die streuung der granaten erhöht tauschbare duplikate gibt es auch wieder 1 zu 5 als ihr habt fünf duplikate kriegt dafür ein neues symbol was die in der sammlung freischalten können kleiner tipp am rande tauscht die duplikate immer erst zum ende ja das heißt habt ihr zum beispiel 15 duplikate und müsst noch drei gegenstände in die sammlung integrieren dann macht es erst sinn diese duplikate zu verwenden wenn ihr sie schon vorher macht erhöht ihr die wahrscheinlichkeit wieder duplikate zu erhalten und das macht wenig sinn ja wenn ihr nachher duplikate übrig habt und die sammlung vervollständigt habt bekommt ihr pro duplikat 15.000 credits dann kommt das nächste gefecht der nächste gefechtstyp zwielicht gefecht also wer halloween mag handelt noch mal ein bisschen verlängern und hier könnt ihr quasi die schiffe fahren die sonst auf der gegnerseite sind unter anderem rasputin der dann hier mit von der partie ist ihr könnt diese schiffe dann nach und nach freischalten drei sind von beginn an verfügbar und ab 30 november werden die verbleibenden stahlmonster im hafen auftauchen ja die könnt ihr dann über den filter wieder deaktivieren wenn ihr diese sache gar nicht fahren wollt ich persönlich fand es ganz unterhaltsam wertet aber jetzt nicht übermäßig häufig fahren ich habe relativ wenig zeit wird auf vorschuss an sich zu spielen dank der ganzen videos ist keine beschwerde sondern eigentlich nur eine lustige feststellung am rande von daher werde ich diese sache bin ich auf dem test server ein zwei dreimal gefahren hat mir spaß gemacht das ist so ein bisschen angelehnt an diese pub g geschichte die kampf der kampfbereich wird von außen herein immer kleiner immer kleiner ihr werdet immer weiter komprimiert hat das gefächsfeld immer kleiner wird immer kleiner wird wenn ihr euch außerhalb des gefächsfeldes also dieser dieses kreises der sich immer weiter verschmeidert aufhaltet nehmt ihr ihm schaden außerdem gibt es ganz spezielle verbrauchsmaterialien zum beispiel eine 180 grad wende die quasi auf dem punkt stattfindet indem man die taste drückt ja oder andere sachen ihr macht radar an oder macht einen motorboost an und obwohl ihr motorboost an habt werdet ihr könnt ihr nicht sterben nämlich das ist so ein ja dauerhafter motorbus solange der aktiv ist könnt ihr nicht gewonnen hittet werden oder könnt ihr keine trefferpunkte verlieren also ist auch ganz nett wenn man zum beispiel ganz kurz vorm sterben ist und da aus der gefahrenzone raus will ja vor allem wo die schiffe nämlich meist gar nicht weit schießen können ja eine bismarck schießt da nur 12 oder 13 kilometer wenn ich mich recht entsinne das ist ja die warig und von daher ja bin mal gespannt was ihr dazu sagt schreibt mir gerne unter das video was ihr von diesem gefechtsmodus haltet die schiffe werden alle wieder entfernt wenn das nächste update kommt nämlich 07 12 das ist also nur eine vorübergehende sache nächster punkt ist dann schon klaren gefechte zu denen haben wir schon eine menge erwähnt also in den vorhergehenden flaschenpost videos haben wir schon darüber gesprochen geht am 28 november los geht bis 20 januar primetime ist wieder mittwoch donnerstag samstag sonntag 19 bis 23 uhr gibt auch wieder diese leihschiffe um die ganzen details will ich euch jetzt gar nicht die will ich euch jetzt noch nicht noch mal erzählen guckt dann einfach die flaschenpost von vorher verlinken war auch mit ans ende da gibt es dann noch mal alle informationen wie gesagt sieben gegen sieben nur ein schlagschiff kein träger und so weiter und so fort dann wird das arsenal überholt und zwar gar nicht mal so ohne alle royal navy gegenstände also alles was in der royal navy kategorie war wird entfernt nur noch die cosec bleibt euch erhalten denn die könnt ihr ja für die könnt ihr weiter die genea sammeln wie ich sie oben schon sagte für die direktiven erfüllung gibt es geneas und damit könnt ihr dann die cosec euch in den hafen stellen ist auf jeden fall ein dd der sich lohnen wird weil dieser dd im quasi auf der gleichen stufe wie die lightning ist hat eine niedrige erkennbarkeit ist ziemlich zügig kann es ziemlich schnell schnell schießen meine güte ich überschlag mich schon und hat ein bonus nämlich motorbuß der tat die lightning nämlich nicht und das alleine lohnt sich schon dafür wenn ihr noch zur reines übrig habt ist heute der letzte tag an dem wir die severance ausgeben können nämlich ab morgen wenn ihr im verhältnis 1 zu 25.000 eingetauscht also jeder server rain dafür bekommt ihr 25.000 credits wenn ihr die geneas nicht für die cosec ausgibt dann wird mit dem update 07 12 also in drei oder vier wochen je nachdem dann diese sache auch im verhältnis 1 zu 100.000 umgewandelt das heißt bei 48 stück die ihr vielleicht im hafen dann habt kriegt er dann wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe 4,8 millionen ist ja nicht ganz schlecht oder also wenn man die cosec wirklich haben will ist das eine gute entschädigung dann findet ein neues schiff den weg in unser arsenal nämlich die burgogne das t9 schiff war quasi auf t10 gebufft wurde nachlade booster kürze nachladezeit eine gute sekundär range eine lange schussweite von über 24,8 kilometer eine gute anti air also ganze kram also quasi eine jambar noch mal gebufft mit einem zusätzlichen geschütz hinten so könnte man das nennen und ja ist für stahl verfügbar leider nur ja ich persönlich habe auch nicht so viel stahl im 30.000 steht da zu buche vielleicht mit dem coupon ein bisschen weniger aber ja das war schon müssen wir uns also noch ein bisschen strecken der ein oder andere wird wahrscheinlich gar keine chance haben sich diese sache zu erfahren aber einen hinweis kann ich euch noch geben zu weihnachten gibt es events wo ihr auch stahl verdienen könnt es wird sicherlich nicht 30.000 sein aber ein bisschen stahl wird es geben und für den einen oder anderen ist dann eine möglichkeit hat dabei einen besonderen schiff doch noch frei zu schalten also zu weihnachten schön aktiv sein und die aktion damit nehmen ich denke mal mit dem patch 0 7 12 bis zum patch 0 8 0 wird diese weiner werden diese weihnachtsevent sicherlich anhalten und da könnt ihr dann einiges an stahl und kohle eben mit rein scheffeln wer es noch nicht wusste der weiß eben jetzt gibt so schneeflocken event und 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 also guckt euch einfach die flaschenpost von gestern an da wir da erzähle ich über alles was damit zu tun hat so mit der begonnen kommt dann ein kapitän mit drei skill punkten und natürlich ein freier port slot also ein zusätzlicher liegeplatz es sieht auf jeden fall ganz nett aus die tarnung ist auch wieder so üblich mehr credit punkte weniger schiffswartungskosten also 50 prozent weniger ist also eine ganz ordentliche sache und ja das war es eigentlich was man zum arsenal sagen kann beziehungsweise zur begonnen denn jetzt kommen wir zum gewitter in neuss nein wir kommen nicht zum gewitter in neuss sondern zur gewitterfront in zufallsgefechten ja die karte norden gefahren herd und eisinseln wird in zukunft die möglichkeit haben wenn ihr t10 schiffe im gefecht mit drin habt auch mal einen sturm durchziehen zu lassen und deren haben sie schön gemacht das ist optisch wirklich ein schöner hingucker mit dem niederschlag den wellengang also selbst in der zieloptik hat man ganz schön zu tun teilweise die schiffe auf größere entfernen noch in der zieloptik zu bewahren sozusagen ja dann werden natürlich die erkennungsreichweiten von schiffen und ja verringert sozusagen ihr habt ja die situation dass die granaten mehr gestreut werden und ihr geht schneller wieder zu wenn ihr geschossen habt also ganze sachen also vor und nachteile schießt ihr auf schiffe im sturm ist die streue größer also also ganzen kram findet selber raus macht eine menge spaß und hier könnt ihr dann auch natürlich noch mal nachlesen wir verlinken euch den artikel wie üblich natürlich unten in die beschreibung des videos und jetzt kommen wir zu einem wichtigen punkt der fast schon untergegangen wäre nämlich die matchmaker optimierung und da sind wirklich grundlegende sachen dabei die wenn hier mit vier drei zeilen erwähnen das finde ich eigentlich ein bisschen schade ja weil sich sehr viele von euch da draußen über den aktuellen matchmaker und die häufigkeit in ct 10 gefechte als t8 schiff zu landen beschweren und das soll sich jetzt ändern nämlich soll die wahrscheinlichkeit hat ihr mit t8 schiffen in t10 gefechten landet geringer werden und zwar liegt das daran dass ihr bis jetzt immer noch mit t8 schiff so häufig in t10 gefechten gelandet sei zum einen natürlich hauptgrund ganz viele t10 spieler inzwischen viele spieler sind haben sich nach oben gearbeitet haben ihre erfahrung gesammelt sind jetzt stolz in t10 schiff zu haben wollen natürlich auch fahren und andere aber weniger sind eben dabei sich noch nach oben zu arbeiten oder arbeiten schon am nächsten baum dann gibt es auch immer wieder die missionen ja die dann oft dafür sorgen der t9 oder t10 schiffe genommen werden müssen weil man da eben mehr bonus bekommt also eine ganzen sachen jetzt wird aber eben diese mechanik ein bisschen umgebaut vom matchmaker aktuell ist es so dass wenn ihr als t8 schiff in ein gefecht klickt dann werden zuerst die gefechtslots für t10 schiffe folge voll gemacht und danach kommen die t9 schiffe und danach die t8 schiffe das sorgt dafür dass immer zuerst die t10 schiffe abgegriffen werden dann die t9 schiffe und dann die t8 schiffe das heißt ihr habt eine sehr sehr hohe wahrscheinlichkeit dass immer irgendwie t10 schiffe dabei sind weil ja die bei so vielen spielern die t10 fahren ist eben sehr sehr wahrscheinlich dass zumindest ein oder zwei schiffe immer wieder dabei sind ja jetzt wird sich das ändern denn diese mechanik wird jetzt andersrum arbeiten sie wird nämlich jetzt so arbeiten dass ihr zuerst t8 schiffe abgefragt werden also ihr klickt ins gefecht als t8 schiff und dann werden verfügbaren slot zuerst mit t8 schiffen aufgefüllt wenn dann keine mehr da sind dann kommt die neuen schiffe in den in euer gefecht mit rein und wenn das noch nicht ausreicht um alle slots auszufüllen dann kommen erst t10 schiffe das soll die wahrscheinlichkeit deutlich minimieren das einfache über bleibst aus der vergangenheit von world of warships weil es eben früher so weiter in genau anders herum waren es gab ganz viele t9 tc t9 und t8 schiffe oder noch mehr t8 als t9 inzwischen hat sich das ja komplett umgekehrt und deswegen musste man damals dafür sorgen dass eben überhaupt t10 schiffe in den match finden und hat damit die priorität etwas verändert das wird jetzt halt umgedreht in eine ganz normale produktionslinie gebracht so wie das in den anderen tierstufen eben auch schon ist und somit sollte das allen sehr sehr hilfreich sein so nächster punkt ist spielmechanik und zwar das worüber schon viele schon oft berichtet haben auch schon in einer flaschenpost und auch in den live streams wo wir uns doch da ein bisschen ausgetauscht haben über diese 10 prozent max damage ab 280 millimeter ap granate die ihr auf zerstörern abfeuert und die da dann halt auch treffen machen die dann in zukunft maximal nur noch zehn prozent schaden der ist alpha schadens der granate also ihr habt eine all gran ap granate die 10.000 alpha damage hat dann macht ihr tausend ja bei einer penetration bei einer overpan solche sachen ja in der vergangenheit war es eben so dass wenn der granate in langen weg im rumpf des zerstörer zurück legte das eben ja passieren konnte dass sie hier viel mehr schaden dass der zerstörer viel mehr schaden erlitten hat ja das ist immer noch nicht der gelbe vom ei weil immer noch andere probleme in der in der funktion quasi von ap munition mit der interaktion bei zerstörern gibt zum beispiel hat ap granaten automatisch scharf werden in der nähe also sobald sie die wasserlinie berühren und so eine sachen und dann wenn sie ganz nah dran sind an zerstörern unter anderem auch eine menge schaden machen können soweit ich weiß ist das damit noch nicht adressiert worden sondern geht einfach darum hat eben ap granaten durch diese panzerung durchdringen korrigiert mich bitte wenn ich daneben liege aber so ist mein dafürhalten das heißt es ist sehr sehr wichtig als schlachtschiff fahrer jetzt in der zukunft die besseren ap die bessere granatenwahl zu haben sozusagen oder besser situationsbewusster die ab die granaten zu wählen ob ihr dann immer mit ap granaten schießt oder dann auch öfter mal he granaten parat habt wenn ihr das gefühl habt der zerstörer in der nähe sind das kann sehr sehr hilfreich sein denn diese he granaten sind davon nicht betroffen die machen ganz normal ihren damage wie vorher auch die einzelnen zerstörer die von dieser geschichte befreit sind sind harugumo und große boy oder schabar aufs besser gesagt nicht große boy die beiden werden halt weiter auch mehr schaden als diese zehn prozent nehmen können bei ap granaten das muss man sich also im kopf merken wird dann haben wir diesen punkt und jetzt kommen wir zu änderungen der spielbalance ich mache es einfach alle sekundär geschütze die jetzt noch ap granaten haben die werden in zukunft ha e granaten haben zumindest alle die die hier aufgeführt sind das ist quasi so gut wie alles ich habe jetzt nicht jedes schiff einzeln nachgeguckt aber es ist so gut wie alles in dem spiel wird in zukunft von der sekundär keine ap mehr verschießen sondern ha e granaten verschießen ja sind hier nassau kaiser könig albert bayern julio cesar roma yamato musashi izumo also yamato wird eine richtige e schleuder werden wenn man die dann auf sekundär geskillt hat also das geht richtig ab viele schiffe hatten sowieso schon nur ha e granaten in der sekundär und damit soll erreicht werden dass der durchschnittsschaden konstanter bleibt ja ha e macht eben immer ein gewissen schaden wenn sie eben aufschlagen und ja das ist eben der entscheidende punkt bei ap granaten war der schaden sehr sehr wechselbar je nachdem wie man zu dem gegner schiff stand und wie weich der gegner ist die man damit beschossen hat und so weiter und so weiter jetzt ist es konstanter hat immer einen gewissen anteil an eurem schaden so soll sich das eben dann ausbalancieren ja dann kommen wir zu weiteren buffs nämlich die shikuma hatten buff bekommen oder gleich mehrere nämlich unter anderem den hauptbatterien nachleide booster die reduktion der nachleidzeit der hauptbatterien die brandwahrscheinlichkeit wurde verbessert und der schaden der ha e granaten das ist dann allerdings ein kleiner nerf wurde um 100 punkte reduziert das nächste ist dass die genauigkeit bei vielen kreuzern an die der sao angepasst wurde das wird hier so geschrieben als ob sie jetzt eine höhere genauigkeit als den kreuzer sao hatten aber im in den nachrichten artikel bei facebook steht dass diese genauigkeit an die sao orientiert wird so rum ist eigentlich die aussage die sie in englisch getroffen haben ja das soll eigentlich sozusagen die hauptmerkmale unterstreichen nämlich dass ihr einen sehr sehr guten schaden mit einer salve machen könnt aber trotzdem nicht sehr 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 schnell schießen könnt und das betrifft sozusagen alle japanischen kreuzer mit 203 millimeter kanonen das ist dann hier furutaka ober miyogi ach miyoko mogami und so weiter und so weiter hier ist sazan dragon eastern dragon und 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 das nächste ist die turmdrehgeschwindigkeit wird um ein grad pro sekunde erhöht und zwar auf allen abschiffen ja eastern dragon ist dann auch dabei und dann haben wir hier noch die miyoko an sich also quasi ein die miyoko und ihre ganzen schwestern die so im spiel existieren dann gibt es bei der ibuki eine lachladezeit reduktion und zwar um ganze 1,3 sekunden könnt ihr dann schneller schießen also wenn ihr gerade japanische kreuzer grindet dann habt ihr jetzt noch einen grund mehr ibuki wird euch eine menge mehr spaß machen mit 13,7 sekunden reload statt 15 wenn ihr wissen wollt wie die bucke ist dann gibt es demnächst im fokus bei uns hier auf dem kanal da wird so ein bisschen genau auf die besonderheiten der ibuki eingegangen wird auch ein gefechts also auch ein gameplay dazu geben und ja wir erklären euch dann so ein bisschen worauf es bei der ibuki eben ankommt wie man sie fahren sollte so dann bekommen japanische zerstörer also japaner werden hier schon ordentlich gebufft eine verbesserung und zwar den sprenggranaten schaden erhöht und zwar von nahatsu aro fubuki shiratsu yu akazuki kageru yugu mushimakase shinomone asashio und der harikaze also jetzt bin ich halb japaner die sprenggranaten der sprenggranaten schaden wird um 350 punkte erhöht alpha damage pro sprenggranate und die brandwahrscheinlichkeit wird um zwei prozent erhöht ganz ordentlich würde ich sagen das soll eben die möglichkeit geben dass wenn ihr zum beispiel auf einen leicht beschädigten zerstörer der zum beispiel keine ahnung amerikaner oder so trefft dass ihr euch trotzdem noch einigermaßen vernünftig gegen diese schiffe wehren könnt und sie vielleicht sogar rausnehmen könnt wollt ihr nämlich mehr schaden mit einer salve macht als zum beispiel dann eben eine gearing ja dann wird die buffalo gebufft die buffalo wird gebufft ist auch richtig geiles wortspiel ja die nachladezeit der hauptbatterie wird um eine sekunde reduziert das heißt ihr schießt alle 12 statt alle 13 sekunden und ja die rohn und die hintenburg die werden jetzt wieder gebufft nachdem die nachladezeit vor einiger zeit verlängert wurde also genervt wurde muss man jetzt wieder die überlebensfähigkeit der schiffe verändern indem man eben dafür sorgt dass standardmäßig drei respektive vier verbrauchsmaterial reparatur mannschaft auf den schiffen verfügbar sind also das eine ist der standard man hatte vorher zwei hat jetzt drei und wenn man premium hatte hatte man drei hat jetzt vier das soll die dsd lebensdauer der schiffe erhöhen hatten wir auch schon im supertest bei uns auf der facebook seite erwähnt dann passend zum update oder zu diesen möglichkeiten die man jetzt ja noch hat mit den gineas wird die wird der britische zuhörer koseck gebufft werden nämlich die torpedonachladezeit wird deutlich verringert und das ist der nächste vorteil zur lightning nämlich um 30 sekunden gleich ja die nachladezeit der koseck wird von 96 auf 66 sekunden reduziert und die tombdrehgeschwindigkeit wird deutlich erhöht nämlich auf 20 grad pro sekunde und ihr habt auch da die vorurteile mit den durchdrehenden türmen soweit ich das weiß also 360 grad drehende türme so wie das auch schon bei der lightning der fall ist dann wird bei der chapelle ein bisschen was getan hat wird ein bisschen gesteamlined sozusagen in eine richtung gebracht das verbrauchsmaterial auf legungsflugzeug eben nicht mehr verfügbar ist und dafür die flackgeschütze verbessert werden und so eine sache das soll so ein bisschen mehr logischer sein in richtung toprumpf zu arbeiten und die schusssektoren bei der dimitri donskoy also den t9 kreuzer der russen werden dann auch ein bisschen besser werden also die türme sollen anders drehen oder weiter drehen und somit kann man doch aus relativ spitzen winkel noch die granaten abwollen in richtung des gegners wollen man ja mit dem russen sehr anfällig ist wenn man das zu viel breitseite zeigt ist man relativ schnell eine zitadelle los sozusagen oder man fährt dann eben schon gleich u-boot dann panasiatischer zerstörer yu yang ja der hat ova verformt und wird er genervt die nachleihzeit der hauptbatterie wird verringert wird erhöht so rum ja auf vier sekunden die torpedowerfer werden auch genervt um 20 sekunden länger dauert das ganze jetzt und ja das ist eigentlich so sind halt die kernpunkte dann wurde noch ein bisschen was am panzerschutz der wülste der einiger schiffe verändert wollte die sie nämlich vorne dünner waren als hinten und ja das hat wohl keinen einfluss wenn ihr he schießt auf diese schiffe arbeit soll die widerstandskraft gegen april granaten und dessen querschläger geringfügig verbessern dann kommen wir zum nächsten punkt erkennungsmarken wir alle sammeln sie automatisch teilweise der eine achtet darauf der andere eben nicht jetzt kommen neue dazu er gibt nämlich jetzt den experten für gewertete gefechte und für clan gefechte ja die erste mark bekommt ihr wenn ihr einmalig 30 sterne in gewerteten gefechte gefechte erfahren habt ja das heißt aber immer nur für den ersten erfahrene stern sollte die also ein gefecht verlieren stern verlieren und den dann wieder gewinnen zählt ja nicht mit dieser wertung rein und ja bei 210 habt ihr dann das höchste abzeichen sich recht schick aus wie ich persönlich finde und der nächste kram ist dann oder der nächste punkt ist da ein klaren gefechte gewinnen 90 gefechte in der sturmliga oder höher und dann ja in der orkan liga oder höher in der typhoon liga oder höher und dann eben in der hurricane liga oder höher auch danach wird dann jeweils das emblem hier ein bisschen verbessert geupdatet ja frühe errungenschaften werden nicht berücksichtigt das heißt alle gewerteten gefechte die ihr schon gefahren habt zählen da nicht mit rein und ja das heißt ihr fangt jetzt mit patch 0 7 11 eben an euch diese klaren gefechte zu erarbeiten also diese abzeichen finde ich persönlich ziemlich cool weil ja man kann ruhig ein stück weit auch stolz darauf sein was man im spiel erreicht ist natürlich ein ticken energy abhängig aber ja es ist wichtig und ich finde es schön dass man dann auch zeigen kann dass man ein bisschen erfolg gehabt hat gehört einfach dazu man identifiziert sich auch ein bisschen dann eben mit dem spiel und seinen leistungen die man dann da eben gebracht hat deswegen spielen was ja alle wo es uns spaß macht und warum nicht zeigen dass uns spaß macht und wo es uns spaß macht dann geht's weiter der hafen zipangu das ist für mich jetzt eher so eine sache naja mal gucken ich habe es auf dem test server einmal gesehen der hafen zipangu wird jetzt weihnachtlich kommt schnee kommt eis kommt lampions die über wasser schwimmen und so eine sachen ja ich bin mal gespannt ob das jetzt schon der weihnachtshafen ist oder ob da noch mal ein anderer mit patch 0 7 12 plötzlich um die ecke kommt von dem wir vorher noch nichts gehört haben ich persönlich fand zipangu so wie es war eigentlich ziemlich schön ich fände es schön wenn sie jetzt eingeführt hätten dass es einen tag nach rhythmuswechsel gibt oder so was in dem hafen die fliegenden kirschblüten da da fand ich alles total toll ich bin mal gespannt wie das jetzt dann endgültig kommt im test server sah es ganz okay aus ja bis ja ich weiß nicht ob ich jetzt richtig total genial finde immer welt dann sehen wie sich meine gefühlswelt dann darstellt kartenänderungen kommen und zwar gab es hier unten ja immer ein spot point ein 1 born point da ist die insel noch groß das ist die alte karte und sowie die neue aussehen ihr seht die insel nehmen an volumen zu ja also sie werden in der regel größer hier unten nimmt die wird die insel ein bisschen kleiner also die landmasse verteilt sich quasi auf andere teile der karte und ja das ist für hotspot eine der hauptänderungen ist eigentlich wenn man hier vorne ein schlachtschiff gespawnt ist dann hat man musste man immer so rumfahren weil so rum ist man eigentlich immer auf grund gelaufen gerade wenn man dann nachher mit hoher wertigen schiffen unterwegs war dann bei tränen der den tränen der wüste wurde auch ein bisschen was verändert nämlich hier die inseln am kartenrand da gab es ja vorher hier so ganz große landzungen und hast du nicht gesehen also von daher ist das auch alles überarbeitet worden so hier ist die alte karte dann gibt es jetzt hier die neue auch hier werden die karten verändert ein bisschen flacher gemacht ist weniger schnee drauf das heißt sie sind nicht ganz so hoch die berge und auch hier wird ein bisschen überarbeitet am umfang hier sind noch zwei inseln jetzt ist dann nur noch eine insel das sind so die hauptänderung und auch hier wird wieder eine menge getan hier wird die eine insel hier unten total verlagert nämlich nach rechts hier drinnen wird auch die größe der insel überarbeitet und hier auch die lage der insel in der mitte also überall ist so ein bisschen was dabei und dann kommen wir zum land des feuers und da gibt es eigentlich die größten änderungen wenn ihr euch das anguckt wie das vorher aussah wie groß jetzt die inseln sich doch verschoben haben die sind viel flacher geworden man soll von links nach rechts besser wirken können und es soll kein krasser vorteil mehr sein wenn wir im norden oder dann eben im süden der insel startet oder eben der respektive nachteil da gibt es ja doch ein paar unterschiede so dann gibt es änderungen an unternehmen da hatten wir auch schon darüber gesprochen dass viele flugzeugträger ersetzt werden durch größere schlachtschiffe zum beispiel ich will da jetzt gar nicht mehr so im detail noch mal auf alles so eingehen da sind wir schon mit der vorhin flaschen post beziehungsweise mit den supertest informationen die wir auch auf der facebook seite hatten ganz gut aufgestellt gewesen also wie gesagt unternehmen wer sich dafür informiert hier habt ihr vier punkte oder wer sich dafür interessiert kann sich hier noch mal informieren hat da vier punkte da geht es halt um die hauptsache um die flugzeugträger die alle ersetzt werden die schlachtschiffe in der regel und dann teilweise auch relativ hochstufige schlachtschiffe da werdet ein bisschen dran arbeiten müssen tägliche lieferungen vom 23 november bis 6 dezember müsst ihr könnt ihr wieder tägliche lieferungen bekommen nämlich eine ganze ecke schattenschleicher ist eine neue tarnung die jetzt mit dem mit dem black friday event eingeführt wird und ihr könnt euch dann auch wieder regelmäßig einloggen ihr könnt zehn belohnungen erhalten ja und die ist über 14 tage verfügbar diese ganze geschichte angelehnt eben an diesen black friday das heißt ihr könnt vier tage auslassen und könnt trotzdem alle belohnungen eben mitnehmen da gibt es dann hier black friday container immer mal zwischendurch wo dann auch ein paar nette sachen drin sein können also die tägliche lieferungen kennt ihr jetzt ja auch schon ist also ganz cool ist dann so ein button unten links da steht da täglich lieferung drauf einfach aufklicken und am anfang eines jeden einloggen wenn ihr diesen haken da unten aktiviert habt kommt dieser screen automatisch nach vorne und ihr müsst dann nur noch klicken gut dann trauerspiel musashi und kronstadt werden uns verlassen nämlich nicht per sofort aber mit dem update 080 also ende januar 2019 wenn die dann weder für kohle noch für free xp im kurs im spiel verfügbar sein aber sie kommen wieder nämlich in super container könnt ihr sie dann theoretisch ziehen da kommt nämlich noch ein drittes schiff dazu nämlich unser lang vermisste missouri wird in zukunft ab dem patch 080 dann wahrscheinlich wieder in super container stecken können und dann erspielbar sein oder wieder spiel war in den und den weg ins spiel gefunden haben es werden neue schiffe für super tester community kontributoren und so weiter eingeführt die irien die laso hatten wir drüber schon berichtet alles bei uns auf der facebook seite und es wird dann im game klienten neue schiffe für dublonen geben z39 hot texas sims admiral sp indianapolis isuji mutsu atago ochotnik dann kirk und abruzzi und anschauen die werden dann wohl für dublonen verfügbar sein dafür werden entfernt prinz eugen duke of york arizona kathori ki und die ägle neue tarnungen werden auch hinzugefügt die premium tarnung für die t9 und t10 schiffe standard werte also lohnt sich wenn man diese schiffe im behalten hat dann kommen wir zu den black friday containern und noch mal zur aufnähe und emblem ja wenn ihr alpha tester beta tester seid und ja dann auch sammler hier ein club ein sammler club wappen gibt es halt auch mit vier graden das orientiert sich dann einer häufigkeit wie viel schiff ihr im hafen habt ja habt ihr ganz besonders viele schiffe im hafen bekommt ihr dann den ersten so ein emblem gut geschrieben sozusagen und könnt diese dem tragen wo dann eben irgendwie was an gut sammeln erwähnt wird und genauso geht es halt um die aufnähe die orientieren sich dann ebenfalls daran also bekommt ihr ein emblem bekommt ihr wahrscheinlich auch aufnähe genau wird hier mehr wird dazu nicht genau gesagt aber auch alpha tester und beta tester bekommen ihren verdienten ruhm sozusagen indem sie dann halt aufnähe emblem und flaggen diese art und weise eben tragen können oder eben an ihr schiff befestigen können dann kommen black friday container also diese woche freitag den 23 november wird es dann wahrscheinlich eingeführt werden in diesen container können dann eben eine tierpizza atago asasio massachusetts sein und nein es ist kein anderes schiff es ist genau das gleiche schiff das einzige womit ihr dann eben den vorteil habt ist ihr habt da standmäßig eine schwarze tarnung drauf und nicht die standard tarnung des schiffes sondern diese black friday premium schwarze schwarze lackierung ihr habt hier so ein paar bilder davon ich würde mich sehr freuen wenn ich ein schiff in schwarz erhalten könnte aus so einem black friday container ja keine ahnung die messer schütze zum beispiel finde ich total genial in komplett schwarz ich liebe komplett schwarze schiffe so wie zum beispiel auch die dann kirk mit dieser französischen lackierung wo die flagge da so quer rüber ist das ist nicht ganz schwarz ja aber das sieht zwar sehr sehr geil aus also ich würde mich freuen oder wenn es dann eben diese möglichkeit gibt dublonen auszugeben und diese lackierung nachzukaufen für sein eigenes schiff das wäre schon ziemlich cool das würde ich bestimmt für ein schiff mal machen einfach weil es einfach genial ist dann gibt es diese schattenschleicher tarnung als verbrauchbare tarnung natürlich nochmal die gibt dann hier die standardwerte wieder und dann ep pro gefecht freie xp 150 und kapitäns ep um 100 prozent gesteigert niederländisch ist jetzt auch in zukunft im wargaming client eben möglich und eine sache wird wieder entfernt nämlich der aldi kraken ist nicht mehr dabei nämlich das war angelehnt an alexander ovechkin der eishockey spieler der hatte diesen vor goal hall eingeführt das ist jetzt eben nicht mehr dabei und ja das ist eigentlich der punkt den man da noch erwähnen muss also mit dem patch gibt diese errungenschaft dann nicht mehr wie oft habt ihr den vor goal hole geholt schreibt mir gerne unter dieses video würde mich interessieren wie oft ihr diese errungenschaft geholt habt dann gibt es noch viele andere sachen werden hier zum beispiel treffer bänder wurden geändert ja diese mechanik wie diese sachen vergeben werden durchschlagen ziehe getroffen nicht durchschlagen und abprallern dafür wird alles wurde alles ein bisschen überarbeitet wenn ihr die zitadelle trefft bekommt ihr jetzt zum beispiel zwei bänder das ist also auch eine sache die muss man mal erwähnen finde ich 100 macht vorgaming in ihren videos eben nicht und das finde ich halt schon ein bisschen interessant oder das machte doch gerade ganz besonders interessant so eine kleinigkeiten nebenbei noch mal herauszuarbeiten dann die erkennbarkeit der miyogi wurde reduziert und zwar um ganze 1,5 kilometer dann auch das abfall in der hauptgeschütze im nebel die erkennbarkeit auch da wurde um 1,4 kilometer reduziert und auch aus der luft ist sie weniger erkennbar also da wird einfach an der überlebensfähigkeit des schiffes weitergearbeitet weil ihre pendants auf der tierstufe einfach zu stark geworden sind oder zu stark sie überragen so könnte man das auch ausdrücken ja und dann gibt es auf jeden fall noch viele weitere problem behebungen hier unten mit mit einem problem wo man täglich zwei lieferung pro trach erhalten konnte also in der ganzen geschichten sind dann dabei alexander wetschkin das ist der kapitän der auf russische und amerikanische schiffe setzbar ist ja der bekommt nur ein voiceover jemand dem für die nation für die er gerade fährt auf dem schiff also er spricht ich russisch beim amerikaner sondern englisch beim amerikaner und russisch eben beim beim russischen schiff also sachen sind da noch dabei das waren für mich die wichtigen sachen bei sonstigen änderungen verbesserungen also wie sagt das wird immer wieder gerne so ein bisschen unter den tisch fallen gelassen und da wollte ich jetzt auch noch mal ganz besonders darauf hinweisen ja und dann gibt es technische probleme da hatten wir im letzten patch ja schon die erste neuerung da nämlich berichte angelegt werden wenn ihr diesen patches auf spielt werden diese berichte automatisch verschickt und an den wegleiten gesandt so dass sie sich diese sachen eben annehmen können und probleme in dem spiel client ja angehen können keine sorge diese technischen daten werden in übereinstimmung mit den geltenden datenschutz richtlinien erhoben das heißt es ist ausschließlich zur analyse des bestimmten vorfalls oder der situation gedacht und nicht um euch irgendwie ausschusspionieren oder personen bezogene daten für irgendwelche anderen zwecke zu verwenden so ein riesen update ich habe viel gelabert ich habe 35 minuten flaschenpost vollgemacht leute das tut mir leid dass er zu lange geworden ist aber sind so viel informationen dass ich scroll immer noch ja so ist es ich will sich gar nicht viel länger machen ich hoffe ihr habt eine menge informationen mitgenommen und danke für eure zeit bis zum nächsten video bis zum nächsten live stream hier auf dem seekouts kanal ich brauche jetzt t bis dahin ciao ciao euer seekouts team euer mara seekouts